Wir hatten alle mal ja live Chat hier aus dem Trainingslager im Westerwald. Wie ihr seht, ist zu Beginn nicht Helge Hulda, sondern unser lieber Geschäftsführer. Das liegt daran, dass wir vor einer Woche noch nicht alle Fragen beantworten konnten, die so oft an Sascha gestellt wurden. Kriegen wir noch etwas Neues oder kriegen wir nichts Neues mehr auf dem Spielermarkt? Sascha, vielleicht kannst du ja heute die Frage oder müssen wir das auf nächste Woche verschieben? Ne, wir kriegen nichts Neues. Kriegen nichts Neues? Gut, dann war das schön, dann kannst du jetzt mit Helge Hulda tauschen. Okay, danke schön. Nein, 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 Blödsinn. Ja, ich habe ja gesehen, die Frage zu einem bestimmten Stürmer kam ja recht häufig und ich weiß gar nicht, ich habe es glaube ich nur ganz kurz angeschnitten. Ja, tatsächlich ist es so und wir wollen es dann auch hier jetzt bestätigen, Kars Peters hat bei uns unterschrieben und wird dann auch am Montag im Training sein. Er muss jetzt noch ein paar Sachen regeln, er zieht schon um und so, dass er nach Aachen kommt. Also nur, dass ihr beruhigt seid, das ist wirklich so. Er kommt zu uns, wird das Team mit verstärken, ist glaube ich auch ein ganz gutes Ding geworden, dass er sich für uns entschieden hat. Ich bin sehr, sehr happy und muss sagen, ja, das wird schon eine schöne Saison, hoffe ich doch. Aber eins muss man ja auch unseren Fans, Community wie die, so ein bisschen immer versucht haben, das spitzendig herauszufinden. So ein bisschen haben wir das auch verfolgt heute. War schon große Klasse, unsere Fans, oder? Ja, also ich glaube mal so, die können sich schon alle bei der Polizei so mal bewerben, weil das, was sie so rauskriegen, ich weiß nicht woher, ich versuche die Quellen nicht mal rauszufinden, aber es ist schon sehr schön. Also, dass ihr euch überhaupt dafür so extrem interessiert, das zeigt, wie viel Herzblut ihr habt. Und ja, wir gehen nach unserem Schema vor, wie wir die Spieler verpflichten wollen und sind in Gesprächen und haben jetzt, wie gesagt, nochmal jemanden eingetötet, der einfach der Mannschaft auch nochmal guttun wird. Lieber Sascha, letzte Woche haben wir ja leider nicht diese schöne Nachricht mit dem Rücktritt von Ralf Hochscherf verkündet. Heute beim zweiten Talk können wir diese wunderschöne Nachricht verkünden, dass wir mit Karl Peters quasi einen neuen, nicht nur quasi, wir haben ja auch einen neuen Mittelstürmer, der hat ja heute bei dir unterschrieben, also insofern alles perfekt und möchtest du sonst was sagen oder dann würde ich doch lieber dann jetzt mit dem Helge dich eintauschen? Ich glaube, wir haben beim letzten Mal schon recht überzogen, wir zwei zusammen und ich würde jetzt den Platz freimachen. Ich wünsche euch einen schönen Abend, ich verabschiede mich schon mal, ja nicht, dass du kommst also wiedersehen. Bis bald. Ja, ich glaube, diese Nachricht ist fantastisch, sie wird vor allen Dingen die Konkurrenz der Alemannia noch mehr schocken, dass wir auch Kaspeters verpflichten konnten und ich werde gleich Helge Hohl, wenn er neben mir sitzt, mal fragen, ob es sein Wunschstürmer war oder wo er Kaspeters letztendlich beobachtet hat. Lieber Helge, herzlich willkommen beim zweiten Alemannia Live Talk. Dankeschön, hallo zusammen, erstmal schöne Grüße aus dem schönen Westerwald. Genau, live eben von Sascha verkündet, wir haben Kaspeters verpflichtet. Was sagst du dazu? Ja, wir freuen uns natürlich. Ich habe das ja auch immer gesagt, dass wir schon einen sehr, sehr guten Kader beisammen haben und wir uns natürlich auch Gedanken darüber gemacht haben, wo können wir nochmal ansetzen, wo können wir nochmal die Kaderqualität erhöhen. Und wir haben aktuell ja auch die Konstellation einfach mit Marc und auch mit Sascha Marquet. Das sind beide Spieler, die gerne auch einen Tick tiefer spielen können. Ja, Marc ist natürlich ein Spieler schon, der auch in der Jugend sehr, sehr viel vorne gespielt hat, aber Marquet auch viel linksaußen gespielt, Zehnerposition. Und bei Sascha ist es so, müssen wir auch mal abwarten, wie es jetzt mit den Achillessehnen-Problemen weitergeht. Und dementsprechend sind wir froh, dass Kaspeters sich für uns entschieden hat. Aber wir sind natürlich auch genauso froh, dass wir mit Marc Brasnitz jemanden haben, der auch in den ersten Spielen das sehr, sehr gut gemacht hat, der wirklich auch bis in die Haarspitzen motiviert ist. Und Konkurrenz belebt bekanntlich das Geschäft. Und dementsprechend ist das für uns ein super Transfer. Du wurdest ja schon gefragt in den einzelnen Interviews. Jetzt sind elf Tage vergangen seit dem Trainingsbeginn in Würsel mit zwei Testspielen gegen Allendorf und gegen Tevern. Wie siehst du die ersten elf Tage mit der neuen Mannschaft? Ja, es ist eine sehr spannende Phase. Es kommen ja viele neue Charaktere dann zusammen. Und man lernt sich kennen, man beschnuppert sich, man kriegt ein Gefühl füreinander, wie das Ganze dann einfach auch zusammenläuft, zusammenwächst. Und so eine Kennenlernphase, wie gesagt, ist immer spannend. Dann wird nach und nach eine Hierarchie gebildet. Man hat eine gemeinsame Vision, man verfolgt gemeinsame Ziele. Und ich glaube, die ersten Tage waren sehr spannend. Wir machen sehr, sehr viel Abseits des Platzes auch für den Teamgeist. Ich glaube, in erster Linie ist wichtig, dass wir als Mannschaft zusammenwachsen, dass wir ein Team werden. Und ja, das läuft sehr, sehr gut. Und dementsprechend kann man jetzt auch gespannt sein, wenn die nächsten Testspiele kommen mit Eupen und auch mit nochmal Gegnern mit mehr Qualität, wie wir uns dann auch im ersten Step auch dann gegen diese Mannschaften machen werden. Ihr seid jetzt hier im Trainingslager und da wir hier die Fans, und da möchte ich euch auch bitten, Fragen zu stellen. Die erste Frage kommt gerade, weil wir ja hier im Trainingslager sind. Wann ist der Trainingsplatz am Tivoli wieder zum Training freigegeben, damit die Fans näher an die Mannschaft heranrücken können? Also alle Fans sind herzlich eingeladen, uns natürlich auch hier zu besuchen. Sind jetzt noch zwei Tage, die wir auch gemeinsam verbringen werden. Dann sind wir irgendwann froh, wenn wir auch wieder auf die eigene Anlage können. Wie gesagt, da geben alle ihr Bestes. Ich bin grundsätzlich der falsche Ansprechpartner, um irgendwelche Rasenanalysen zu machen. Aber mir wurde jetzt gesagt, also nächste Woche werden wir auf jeden Fall noch woanders trainieren müssen, einfach damit die Qualität dementsprechend auch so ist, dass wir dann auch vernünftig auf einem vernünftigen Platz trainieren können und nicht irgendwann den Platz wieder kaputt haben. Also mindestens noch eine Woche nach dem Trainingslager, vielleicht zwei Wochen, aber dann sollten wir einen Teppich haben. Ihr seid dann weiter in Würseln bei der René. Genau, also wir haben auch da die Möglichkeit, wo wir sehr dankbar für sind, dass wir da unter vernünftigen Bedingungen trainieren können. Und auch da ist jeder herzlich willkommen und eingeladen, vorbeizuschauen. Schaust du mal so manchmal in die sozialen Netzwerke und schmunzelst, wenn da so eine Wunschelf mal so skizziert wurde? Hast du auch sowas? Oder bist du da völlig als Trainer, sagst du, jetzt habe ich den Kader und baue mir dann die Mannschaft so nach Leistung? Oder hast du auch schon mal so im Kopf so ein Traumteam möglicherweise gehabt? Nee, ein Traumteam habe ich nicht, weil ich jedem Spieler vertraue und froh sind, dass alle bei uns sind. Ich glaube, jeder hat unterschiedliche Qualitäten. Das macht es so spannend. Man muss einfach auch schauen, wie passt es zusammen. Es geht nicht um die individuelle Qualität, sondern es geht in erster Linie um die Qualität als Mannschaft. Und da versuchen wir viele Konstellationen. Wir haben verschiedene Innenverteidiger-Dos jetzt mal spielen lassen. Gegen Eupen wird ein anderes Innenverteidiger-Duo spielen. Dann haben wir mal alle drei Konstellationen durch. Und genau so machen wir das auch. Das heißt, auch die ersten Testspiele haben keine Aussagekraft irgendwie. Wie geht es Richtung erster Spieltag? Das kommunizieren wir auch ganz klar. Und jeder kann sich jetzt auch behaupten und beweisen. Und deshalb haben wir auch sehr, sehr viele Testspiele angesetzt. Wenn man nochmal ein bisschen auf letztes Jahr zurückblickt, dann war ja der Anfang deiner Trainerkarriere erst quasi als Interimstrainer und dann später ja dann offiziell als Trainer. Da hast du eine lange Erfolgsserie. Und dann gab es wieder eine etwas nicht so, wie soll ich sagen, erfolgreiche Serie. Glaubst du mit der neuen Mannschaft, dass du das ganz anders anpacken kannst? Dass die Mannschaften, die kommen oder die gegen uns spielen, dass du bestimmst, was sie machen? Das ist das Ziel und das ist der Plan. Und darauf haben wir auch den Kader ausgerichtet. Wir können in erster Linie natürlich nur diese Dinge beeinflussen und so gut es geht, einfach auf die Saison vorzubereiten. Ich glaube, wir haben eine sehr, sehr gute Basis. Es wird natürlich nicht in der Theorie so einfach, wie der ein oder andere glaubt, dass man jetzt mal eben irgendwie durchmarschiert und jeden Gegner einfach weghaut. Aber das ist uns bewusst. Die Gruppe ist sehr lernwillig. Ich finde es gut, dass wir bewusst mit jedem Spieler gesprochen haben über Ziele, über Ausrichtung, über viele andere Dinge. Ja, dass jeder auch weiß, was ihn erwartet. Und wie gesagt, ich habe aktuell ein sehr, sehr gutes Gefühl bei der Gruppe. Ich glaube, wir wachsen gut zusammen. Und das muss ich jetzt einfach auch dann festigen über die nächsten Monate. Wie bekommst du es hin, dass auswärts, wir haben ja letztes Jahr nur 20 Punkte geholt, dass da mit mehr Selbstvertrauen aufgetreten werden kann? Ist das eine Einstellung vom Training? Oder wie würdest du das einorten? Oder dass man von vornherein, ich sage mal, wie zu Hause auftreten kann? Ja, also ich glaube, zu Hause ist natürlich immer was anderes. Im Stadion mit unseren Fans, da wird man getragen. Auswärts werden wir auch getragen. Es reisen immer sehr, sehr viele Fans mit. Aber wenn du dann die Antwort hast, wenn du in eine andere Kabine gehst, auf einem anderen Untergrund spielst, das macht ja schon was aus. Wie gesagt, ich habe letztes Jahr mal den Vergleich mit Offenbach gezogen. Die haben auch ähnliche Heimserie gehabt und hatten auswärts auch Probleme. Aber da wollen wir dran arbeiten, da werden wir dran arbeiten. Und uns ist bewusst, dass wir nicht nur zu Hause liefern wollen, sondern auch auswärts. Und dementsprechend werden wir uns da gut vorbereiten auf die Auswärtsspiele. Wenn du Münster nimmst als Beispiel, die habe ich jetzt auch gesehen. Die haben, glaube ich, insgesamt beste Auswärtsmannschaft, beste Heimmannschaft. Irgendwo musst du da schon irgendwo gleich bleiben, oder? Ja, also wenn du am Ende ganz oben stehen möchtest, dann musst du konstant auswärts und zu Hause spielen. Wie gesagt, zu Hause ist es immer einfacher. Gerade bei uns ist ja nochmal ein Riesenunterschied einfach. Und ich glaube, das ist auch vielleicht der Unterschied zu anderen Mannschaften. Wenn du zu Hause dann vor 400 Zuschauern oder 500 eigenen Zuschauern spielst und auswärts vor 100, dann ist der Unterschied nicht so groß. Aber wenn du vor 10, 12, hoffentlich in der neuen Saison noch mehr Zuschauern spielst und du spielst dann auswärts vor 1000, das ist auch großartig. Aber es ist trotzdem auch einfach nochmal ein Riesenunterschied. Bestimmst du denn den Kapitän? Ich lese das gerade parallel oder darf die Mannschaft den wählen? Das haben wir tatsächlich gar nicht besprochen bisher. Wir haben uns auch noch nicht tiefer gehende Gedanken gemacht. Wir haben natürlich einige Spieler dazu bekommen, die Führung übernehmen können. Wir haben Spieler aus dem alten Kader, die schon Führung übernommen haben. Das ist eine spannende Frage. Wichtig ist für mich gar nicht so sehr, wer trägt am Ende die Kapitänsbinde, sondern dass wir genug Leute haben, die auch gerade in engen Situationen, in engen Spielen, aber auch wenn vielleicht mal eine Phase da ist, wo es nicht so läuft, sich nicht verstecken, nicht verpissen, auf gut Deutsch gesagt, sondern einfach Verantwortung übernehmen. Und das ist jetzt auch ein Prozess, wo man einfach mal beobachten muss, wer jetzt in der neuen Konstellation, in der neuen Geschichte dann auch Verantwortung übernimmt. Und dann kann es sein, dass wir, oder wir werden natürlich auch in die Mannschaft reinhorchen, das abfragen, ob wir das am Ende dann danach entscheiden oder nicht. Das ist noch völlig offen. Hast du die Favorit-Drei- oder Viererkette oder machst du das vielleicht doch indirekt vom Trainer? Auch die Frage wird gestellt. Ja, spannende Frage. Also in erster Linie geht es mir nicht nur um die Grundordnung, ob ich jetzt eine Dreierkette, Viererkette spiele, sondern wie das Ganze dann auch mit Leben gefüllt wird. Wir haben immer gesagt, wir wollen hochpressen, wir wollen mutig Fußball spielen. Wir haben den Kader auch zusammengestellt, um dominanten Fußball auch mit dem Ball zu spielen. Und wir haben jetzt aber gesagt, dass wir natürlich auch über Automatismen kommen, nicht zu viel wechseln wollen. Daher aktuell ist klar die Viererkette favorisiert. Was ist mit Össwein? Ja, Ösi, sehr spannend. Der macht täglich sehr, sehr gute Fortschritte. Er ist schon relativ weit, auch in der Reha. Macht viel Einzeltraining, auch mit Alex, jetzt mit unserem Athletiktrainer. Macht Teile des Trainings mit, den muss man auch ein bisschen bremsen. Aber bis er dann wirklich halt in den Körperkontakt und in den Zweikampf rein kann, also auch Spielformen dann machen kann mit Gegnerdruck, das wird noch ein bisschen dauern. Ja, hier im Trainingslager, wo ist deine Priorität, auf was setzt du? Dass die Mannschaft harmonisch wird, dass das schon taktische sind oder dass sie die Kondition am meisten ist oder alles drei? Alles drei. Alles drei? Ja, alles drei. Also wie gesagt, wir versuchen abseits des Platzes viel zu machen. Die Jungs haben auch immer wieder Aufgaben, die sie dann lösen müssen, wo ich einfach auch eine Identität aus dem Team entwickeln möchte. Das ist mir auch sehr, sehr wichtig. Wenn wir zum Beispiel über Regeln gesprochen haben oder über Werte gesprochen haben, wie wollen wir eigentlich miteinander umgehen, dann ist nicht wichtig, dass ich die auf die Mannschaft irgendwie vordiktiere, sondern wie wollen wir miteinander umgehen, was sind für uns wichtige Punkte, einfach auch im Umgang. Und da haben wir einige Teamsitzungen, wir machen viele Dinge, die einfach auch Spaß machen. Aber ich glaube, wir machen auch sehr, sehr viel auf dem Platz. Und da geht es dann natürlich auch um taktische Dinge, um konditionelle Dinge. Also eigentlich wird in allen Bereichen intensiv gearbeitet. Wir waren gestern, das kann ich euch, liebe Fans, auch sagen, wir waren gestern, ich glaube, viereinhalb Stunden auf dem Trainingsplatz. Das war schon nicht ohne. Also die Jungs haben gestern auch 13, 14 Kilometer gemacht. Und dementsprechend, wir sind gut dabei. Und ja. Ich habe eben das Training am Nachmittag, so ein bisschen das Intensivtraining gesehen. Spielerisch war das schon sehr, sehr schön anzusehen, sage ich als Laie. Aber ich fand, das war schon sehr flüssig zum Teil. Oder sehe ich das verkehrt? Ja, das sieht schon gut aus. Wichtig ist immer, dass wir nie zufrieden sind. Das habe ich den Jungs auch gesagt, dass wir so eine kontinuierliche Entwicklung gehen, von jedem Training bis zum ersten Spieltag, aber auch in der Saison. Aber was man halt auch sagen muss, eine Entwicklung, die geht halt nicht immer steil nach oben. Da werden auch immer wieder Dellen drin sein. Aber dass diese grundsätzliche Richtung einfach stimmt. Und wie gesagt, wir machen erste Schritte. Die Jungs müssen sich kennenlernen. Die müssen verstehen, wie wir Fußball spielen wollen. Welche Räume im Ballbesitz besetzt werden müssen. Und so weiter und so fort. Das braucht ein bisschen Abstimmung, ein bisschen Zeit. Aber ich glaube, gerade auch mit den vielen Testspielen wird das gut funktionieren. Ich habe heute Sascha Marquet vermisst. Was ist mit ihm? Da kommt auch eine Frage. Ja. Ja, mit Sascha ist ein, in Anführungsstrichen, schwieriges Thema. Hat ja auch Achilles-Szenen-Probleme. Hatte das auch aus der Zeit in Fortuna Köln im letzten Spiel schon gehabt. Ist dann eigentlich davon ausgegangen, dass es relativ schnell auch besser wird nach zwei Wochen Pause. War dann immer wieder schmerzfrei. Konnte auch einige Dinge mitmachen. Aber ist dann immer wieder auch in gewisse Dinge zurückgefallen. Und da muss man jetzt einfach schauen. Also das ist sehr, sehr schwer abschätzbar. Da möchte ich auch keine Prognosen anstellen oder aufstellen, wie lange das dauert. Da müssen wir einfach mal abwarten. Wie gesagt, Sascha wird für uns auch noch ein extrem wichtiger Spieler. Und wir wollen hoffen, dass er dann schnell wieder bei uns ist. Aber da wäre ich... Ist aber abgereist jetzt. Ja, genau. Genau, er ist abgereist. Er ist zu Beginn dabei gewesen. Montag, Dienstag. Ist gestern Abend abgereist, weil er auch wieder Probleme hatte. Hatte aber auch noch das ein oder andere. Wo wir ihn dann jetzt auch nochmal zu den Dockys geschickt haben. Was jetzt nicht mit der Achilles-Szene zu tun hatte. Und da haben wir auch erste Ergebnisse. Und da muss man dann einfach mal schauen, ob das dann dementsprechend auch mit der Verletzung zusammenhängt. Hast du einen Wunschgegner zum Auftakt? Ich wünsche mir ein Heimspiel. Das ist mein Wunsch. Wahrscheinlich an dem Freitag, den 28. Juli vor 15.000 bis 20.000. Lokalderby gegen Düren wäre doch schon mal witzig direkt zum Anfang. Ja, also wie gesagt, wenn wir zu Hause spielen, egal, kann kommen, wer will. Ich glaube, wir freuen uns oder würden uns sehr über ein Heimspiel freuen. Und wir müssen eh gegen jeden Gegner spielen. Oder gegen Wuppertal oder Gladbach. Wie gesagt, ein Heimspiel wäre schön. Aber wie gesagt, wir nehmen es, wie es kommt. Was siehst du denn als Hauptkonkurrenten, wenn man denn da jetzt schon bei dem Status quo, was wir heute haben, an Verpflichtungen aller Mannschaften, so ein bisschen Überblick hast du mit Sicherheit ja auch, was sich in den anderen Mannschaften tut. Wo würdest du, klar, Wuppertal, den würdest du da sonst noch so im Rennen oben um den ersten Platz mit ansehen? Ja, also ich glaube, es ist noch sehr früh zu sagen, wer sich am Ende da oben festsetzen wird. Das werden die üblichen Verdächtigen sein. Wuppertal wird eine gute Mannschaft beisammen haben. Gladbach 2 hat natürlich viel Adalas, hat aber jetzt auch mit Julian Korb zum Beispiel einen guten Spieler geholt. Schalke 2, aus meiner Sicht. Mit Lasogga. Genau, mit Lasogga darf man auch nicht unterschätzen. Und ja, Wuppertal, Rödinghausen, Oberhausen, das sind einfach auch so die üblichen Verdächtigen, die auch alle keinen Hehl daraus machen, dass sie aufsteigen wollen oder oben dabei sein wollen. Und ja, für mich ist, wie gesagt, gar nicht so entscheidend, wer diese Ambitionen hat, sondern in erster Linie, dass wir unser Ding durchziehen, ja, dass wir es so gut wie möglich machen und ja, da bei uns bleiben einfach auch. Bleibst du auch in sich ruhiger, wenn es mal nicht so gut laufen würde? Oder welche Maßnahmen hast du dann, wenn ein Spiel mal nicht so gut läuft und du merkst so 70, 75 Minuten sehr zähflich, warum auch immer, der Gegner hat Glück, der Torwart ist super von den anderen. Hast du da so, wartest du immer dann bis zur letzten Minute? Hast du die Hoffnung? Oder wie ist das so, deine Gedankengänge, wenn du dann so auf der Bank sitzt? Erzähl doch mal. Also ich glaube, es ist immer ein gutes Gefühl, wenn man weiß, dass man eine gute Mannschaft beisammen hat, dann kann man ein bisschen beruhigter und entspannter sein, weil man weiß, auch wenn ein Spiel nicht so läuft, man hat immer die Qualität, es zu drehen. Man guckt vielleicht auch auf die Ersatzbank und man weiß, man hat richtig Qualität draußen, kann das Spiel vielleicht auch nochmal verändern. In erster Linie, glaube ich, ist es wichtig, dass man nicht zu schnell von seiner eigenen Idee abkommt, auch wenn es vielleicht mal schlechtere Phasen gibt, wo es in dem Spiel nicht läuft, aber vielleicht auch über ein, zwei, drei Spiele hinweg, sondern dass man seiner Linie treu bleibt, auch für die Dinge, wo man für steht, auch als Trainer. Ich glaube, das ist extrem wichtig und das sind dann eigentlich so Dinge, wo man dann überlegt, wie man das Spiel nochmal verändern kann, aber ich bin da relativ entspannt. Ich glaube, dass du dieses Jahr viel moderieren musst, weil du hast ja einen Kader jetzt zusammen, die überall Stammspieler in den anderen Vereinen gewesen sind und die alle den Anspruch haben zu spielen. Ich glaube, da musst du viel reden. Mein Bauchgefühl sagt mir das so für die kommende Saison. Ja, ich glaube, reden ist immer gut. Egal, ob man jetzt eine Mannschaft hat wie wir, wo, glaube ich, die Leistungsdichte extrem eng ist, allgemein. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich mit jedem Spieler beschäftigt. Und meine Intention ist es, nicht nur mit der Mannschaft maximalen Erfolg zu haben, sondern den Einzelnen auch maximal weiterzubringen, ja, in seinen individuellen Zielen zu unterstützen. Und wie gesagt, wir sind da in einem guten Austausch mit den einzelnen Jungs, aber auch mit der Mannschaft. Und ja, ich glaube, hier kann was Gutes entstehen, aber, das müssen wir auch alle wissen, dass wir einfach auch ganz, ganz viel Arbeit haben. Also es ist kein Selbstläufer. Es gab, in allen Ligen gibt es gute Mannschaften mit guten Einzelspielern, aber es ist nicht garantiert, dass das Erfolg bringt. Da muss viel passen. Und in erster Linie ist es halt auch wichtig, dass wir, ja, dass jeder so seine Rolle dann auch findet, jeder seine Wichtigkeit empfindet und dann auch alles dem Erfolg unterordnet. Hier ist auch eine Frage, gibt es eine besondere Spielidee? Als du damals neu Trainer bei der Alemannia gewonnen hast, hast du ja eine Spielidee mit den Spielern vorgegeben. Hast du jetzt mehr Chancen, deine Spielidee umzusetzen als im letzten Jahr? Ja, ja, man muss sagen, es ist ja nicht meine Spielidee, sondern wir sind... Ja, die Trainerspielidee, sag ich jetzt mal. Ja, aber auch nicht die Trainerspielidee, am Ende schon, aber es ist in erster Linie die Spielidee von Alemannia Aachen. Und danach haben wir auch viele Dinge ausgerichtet, dass wir gesagt haben, okay, welchen Fußball wollen wir am Tivoli sehen und welchen Fußball wollen wir vielleicht auch perspektivisch sehen und welcher Fußball war auch in der Vergangenheit am Tivoli eigentlich erfolgreich und haben danach sehr, sehr viel ausgerichtet und dementsprechend passen die Spieler jetzt, glaube ich, sehr, sehr gut dazu. Wenn du mich nach der Spielidee fragst, müsste man nochmal unterscheiden zwischen Spielphilosophie und Spielidee. Ich habe das, was jetzt gerade vom Fan gefragt, das ist, wir wollen ja die mit einbeziehen. Und deswegen habe ich das jetzt hier, das, was aufgeploppt ist, genau diese Frage an dich logischerweise weitergestellt. Aber du hast recht, man muss das klassifizieren und von daher wollen wir ja die Frage einfach nur beantworten, die da gestellt wird. Die Spielidee wird aussehen, wie ich oft gesagt habe, maximal hoch zu pressen gegen den Ball. Das heißt, früh die Bälle zu erobern, Stress, dem Gegner Stress zu bereiten, viele Sprints zu ziehen, extrem kompakt, extrem gierig zu sein gegen den Ball. Und dann mit dem Ball wollen wir sehr dominant spielen. Es wird viel auf Ballbesitz ausgerichtet sein. Das Zentrum wird für uns extrem wichtig sein, mit viel Personal, um auch Gegenpressing vorzubereiten. Ich glaube, damit habe ich schon sehr, sehr viel verraten. Und viele Ideen haben, wie man tiefstehende Gegner möglicherweise doch irgendwo knacken kann. Ja, genau. Also tiefstehende Gegner. Wird es wahrscheinlich eine Menge geben. Wird es eine Menge geben. Das wird sehr, sehr wichtig sein. Und da ist dann einfach auch so, wie gesagt, die Philosophie, dass man im eigenen Ballbesitz auch schon an den Umschaltmoment denkt. Zum einen, wie kriege ich viele Spieler in die Box? Weil Quantität erhöht Wahrscheinlichkeit. Wenn ich fünf, sechs Spieler in die Box bringe, dann werde ich eher ein Tor machen können. Und gleichzeitig, wie bereite ich das Spiel vor, auch für einen möglichen Ballverlust, dass ich den Ball wieder schnell zurückerobern kann. Das sind eigentlich so die Grundgedanken. Und deine Boxspieler sind Marc. Und jetzt der Kass wäre das ja jetzt zwei. Oder siehst du da noch andere sogenannte Boxspieler, die im Strafraum sind? Sascha Marquet wäre ja auch sehr kopfhalsstark. Aber ich denke mal, drei dieser Sorte werden wahrscheinlich eher nicht spielen. Nur eine Vermutung von mir. Weil dann werden wir sehr offensiv hier aufgestellt. Aber das wäre durchaus... So verstehe ich das. Habe ich das richtig interpretiert? Ja, also es ist ja nicht so, dass wenn wir von außen flanken, nur der Stürmer in der Box sein sollte. Der Stürmer hat eigentlich immer die Aufgabe, schon so den ersten Raum zu besetzen. Und dann geht es viel um den Fernflügel, der vielleicht den langen Pfosten besetzt. Dann geht es vielleicht noch um den Zehner, Achter, der den Rückraum besetzt. Also wir versuchen schon immer drei, vier Spieler auch in den Sechzehner zu bringen. Und der Stürmer sollte einer davon sein. Aber die anderen Spieler müssen natürlich auch torgefährlich sein und nachrücken. Hier wird gefragt, wieher fehlt nach klassischer Rechtsfuß für die Außenbahn. Auf den ersten Blick, nach der Fanansicht, gibt es nur viele Mitspieler für das linke Mittelfeld. Siehst du das auch so? Ja, es gibt natürlich viele Spieler, die in der Vergangenheit links außen gespielt haben. Ob das jetzt Lukas Schipanek ist, ob das Anton Heinz ist, die beide auf ihrem linken Fuß gespielt haben, Vincent Schaub hat auch viel über links gespielt. Bejan Amethoff kann auch über links spielen. Aber wenn man sich jetzt mal die Spielereien vom Fuß ansieht, dann hat man mit Schepanek und mit Heinz zwei Linksfüßler und mit Amethoff und Schaub hat man zwei Rechtsfüßler. Und wie gesagt, wir wollen das sehr variabel gestalten. Bei uns sollen zum Teil auch die Flügelspiele einfach aus den Halbräumen, sprich von innen heraus spielen. Das ist manchmal auch Fuß verkehrt. Siehe Arjen Robben nicht ganz so schlecht. Und das wollen wir auch variabel gestalten. Es geht auch viel einfach darum, die Räume zu besetzen. Aber erst mal, egal von wem. Hier wird auch gefragt, hospitierst du bei Erst- oder Zweitliga-Vereinen, um dich persönlich weiterzuentwickeln? Oder hast du da gar keine Zeit für? Also aktuell habe ich sehr, sehr wenig Zeit. Also wenn ich jetzt mal nur aufs Trainingslager gehe, ich glaube, heute ging der Tag um halb fünf für mich los, auch mit Videoanalyse etc. Das ist aktuell pickepacke voll. Aber ich mache sehr, sehr viele Fortbildungen in den unterschiedlichsten Bereichen. Hospitieren habe ich auch immer sehr, sehr gerne gemacht. Aktuell bin ich nicht mehr dazu gekommen. Aber ich glaube, ich habe schon zehn, zwölf Hospitationen auch in der Vergangenheit bei Profitrainern zum Teil, die jetzt im Profibereich unterwegs sind, im Jugendbereich gemacht. In der ersten oder zweiten Liga habe ich jetzt noch nicht hospitiert. Aber ich hoffe, dass ich das vielleicht auch in Zukunft irgendwann dann mal machen kann. Was auch gefragt wird, im Moment haben wir ja mit Jan und Marcel nur zwei Torhüter. Wie sieht es da aus? Heute waren zwei, darf ich auch verraten, zwei sogenannte Torhüter im Testphase hier im Training. Heute Nachmittag, konntest du dir da schon ein Bild von machen? Oder seid ihr da weiter auf der Suche? Genau, da sind wir auf der Suche. In erster Linie ist, glaube ich, Hans da der beste Ansprechpartner. Ist aber gerade nicht da. Der ist nicht da, aber wir haben zwei im Training. Leon Klussmann war gestern auch schon da, war heute dabei. Dann haben wir noch jemanden aus der Oberliga, der auch am Freitag im Normalfall, wenn alles funktioniert, 30 Minuten mal gegen Olpen unter Wettkampfpraxis auch getestet wird und ist schon der Wunsch, auch noch einen Torhüter dann dementsprechend dazu zu nehmen. Aber wie gesagt, der Kader hat eine sehr gute Qualität und jetzt geht es halt nur noch darum, wie gesagt, diese eine Position noch zu besetzen. Und ich glaube, dann sind wir schon ganz gut aufgestellt. Ein guter Stück weiter. Der Trainer ist zufrieden. Gibt es noch mehr Testspiele, außer jetzt am Freitag, glaube ich, spielt man viermal 30 Minuten, habe ich vernommen. Ist das richtig? Genau, also Freitag gegen Olpen spielen wir viermal 30 Minuten. Das wird natürlich auch knackig gegen Erstligisten nach intensiven Trainingstagen. Dann spielen wir danach die Woche, haben wir zweimal 90 Minuten, also zwei Spiele an einem Tag. Da spielen wir gegen Tuskoblend und FC Wils, jeweils am gleichen Tag in Dürvis. Und dann spielen wir noch gegen Steinbach. Dann haben wir noch die Saisoneröffnung. Dann spielen wir noch einen Drittligisten. Weiß ich noch nicht, ob ich das schon verraten darf, ob das schon raus ist, auch von deren Seite. Und dann haben wir den letzten Test gegen Bonner SC. Ich finde, wir haben heute genug verraten. Das müssen wir dann heute nicht verraten, oder? Ne, dann passt das. Also wie gesagt, dann spielen wir noch gegen Bonn. Wir haben sehr, sehr viele Testspiele. Dann gibt es ja irgendwann ein neues Trikot. Hast du das schon mal gesehen? Das ist auch eine Frage, die Sascha Eller letztes Jahr Woche, du hast es gesehen? Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen, aber ich habe es auch noch nicht ganz beflockt gesehen. Zumindest das Auswärtstrikot habe ich schon mal gesehen. Da war schon ein bisschen Flock drauf. Das Heimtrikot habe ich gesehen. Da war noch nicht so viel Flock drauf, aber die Farben sind ganz schön und passen ganz gut zu uns. Basti Müller kommt ja jetzt gleich. Ja, der steht schon bereit. Der steht schon da. Der hört schon mit. Sag doch mal noch zwei Worte, damit wir einen fließenden Übergang haben. Defensive 6. Jetzt muss ich, jetzt darf ich nur Gutes sagen. Ja, er hört ja nur halt. Nein, also ich meine, Basti kenne ich jetzt auch schon einige Zeit, habe ja auch seinen Werdegang verfolgt. Wir waren auch immer wieder im Kontakt, muss man sagen, auch in der Vergangenheit. Ich bin sehr, sehr froh, dass er bei uns ist. Ein Spieler mit brutal viel Erfahrung, mit sehr, sehr hohen Qualitäten. Wenn man sich auch mal die vergangenen Stationen anguckt, überall Stammspieler, Leistungsträger gewesen, hätte sicherlich die Karriere auch in die eine oder andere Richtung noch etwas höher gehen können. Und wir sind froh, dass er jetzt die Erfahrung mit den Jungs teilt und einfach auch so für mich ein wichtiger Anker und ein wichtiger Ansprechpartner ist, um die Mannschaft dann auch voranzubringen. Wie man so schön sagt, ein Häuptling. Absolut. Ein Häuptling. Dann bedanke ich mich, dass du hier im Trainingslager die Zeit gefunden hast, obwohl du ja, wie du eben gesagt hast, seit halb fünf unterwegs bist. Ich hoffe, liebe Fans, dass ihr das eine oder andere von Helge Hohle heute hier aus dem Trainingslager erfahren könnt. Karl Peters ist ja schon mal eine wunderbare Nachricht für die Fans. Viele haben ja da spekuliert. Ja, und dann darf ich jetzt Übergang zu Basti Müller machen. Er kommt aus dem Background. Alles klar. Wir tauschen die Mikros. Vielen Dank. Schönen Abend und viel Spaß noch. Danke, Dirk. Euch noch ein schönes Trainingslager. Ein Rest. Und ja, jetzt freue ich mich auf Basti Müller, der ja auch schon mal bei der Alemannia unterwegs war. Viele werden sich da ja noch dran erinnern, dass er da, bevor er dann nach Waldhof Mannheim gegangen ist, der Zähler ist so ein bisschen. Danach ist er zum SC Verl, Rot-Weiß-Oberhausen, WSV und endlich wieder zum Tivoli. Richtig. Richtig. Ich probiere noch, das Mikrofon dran zu machen und dann können wir schon fast losnehmen. Perfekt. Herzlich willkommen, lieber. Hi. Was ist das? Hi, Nöb. Und nur Gutes sagen. Nee, auch über den Trainer nur Gutes. Ist doch klar. Da wir hier live sind, können wir leider nicht schneiden. Nein, schön, dass du da bist. Trainingslager Alemannia. Was ist dein spontan erster Eindruck mit den neuen Mitspielern? Einige kennst du ja schon. Richtig, ja. Du hast ja schon mit dem einen oder anderen in anderen Vereinen zusammengespielt. Das ist richtig. Ja, gut, aber auch die anderen kennt man ja. Wenn man in dieser Szene, sage ich jetzt mal, in diesem Level unterwegs ist, kennt man ja einige Spieler auch, hat schon gegen die gespielt und so weiter. Und von daher sind das alles liebe Jungs und es macht riesig Spaß und ja, einfach geil mit denen zu arbeiten. Wir haben ja, die Fans dürfen ja oder sollen sogar ihre Fragen eintöten. Sehr gerne. Sozusagen. Sehr gerne. Da ist schon direkt die erste Frage. Die Stimmung in der Mannschaft, wie ist die? Ja, top, absolut. Also ich muss sagen, menschlich haben wir uns super, super schnell gefunden. jetzt schon und wir sind ja noch ganz früh und ja, es macht riesig Spaß. Wir haben auch alle viel Spaß zusammen, aber trotzdem vergessen wir die Arbeit nicht. Ja, die Arbeit heißt jetzt vorbereiten, Spieleformen einzustudieren. Ich durfte eben ja das Testspiel untereinander so ein bisschen verfolgen. Da ist schon Pfeffer drin, habe ich das Gefühl. So das ein oder andere Mal hat so einer humpelt, ist dann weggehumpelt. Ja gut, aber das gehört ja dazu. Wenn du gewisse Ziele hast, dann muss auch ein bisschen Gas im Training dabei sein, sonst macht das alles keinen Sinn. Ja, aber jeder ist, glaube ich, bereit zu kämpfen, um zu sehen, wir haben eine tolle Mannschaft und ich möchte zu den ersten Elf gehören. Definitiv, ja, da ist ein Konkurrenzkampf natürlich auch. Trotz des ganzen Spaßes untereinander will natürlich auch jeder spielen. Jeder hat den Anspruch zu spielen und dann ist klar, dass es auch mal zur Sache geht. Hier ist die Frage, wie verstehst du dich mit Nils Winter? Hast du, glaube ich, in Oberhausen mal mit zusammengespielt? Ja, Nils und ich, wir haben zusammen auch in Aachen gespielt, wir haben zusammen in Oberhausen gespielt, wir haben uns auch so privat immer gut verstanden und viel getroffen, waren auch teilweise zusammen im Urlaub. Von daher, wir verstehen uns richtig, richtig gut, wir sind auch privat sehr gut befreundet und jetzt ist schön, dass wir zusammen wieder hier sind. Wir haben immer darüber gesprochen, wie es mal wieder wäre, wenn wir beide zusammen wieder bei der Alemannia wären und vielleicht zu einem großen Ziel verhelfen können und jetzt sind wir beide wieder hier. Du warst ja einer der Ersten, die im Grunde im Jahr gesagt haben. Ja. Kannst du so ein bisschen mal erzählen, wie das so gekommen ist? War das schon immer? Hast du auf den Anruf gewartet oder wie muss ich das jetzt hier verstehen, dass das hier mit Alemannia geklappt hat? Ja, nee, also viele wissen, dass die Alemannia auf jeden Fall, dass mein Herz für die Alemannia schlägt, das weiß glaube ich jeder und das wussten auch meine anderen Vereine, dass wenn das mal wieder zustande kommt, dass das auch von meiner Seite relativ schnell entschieden sein wird, dass ich wieder zu Alemannia gehe, weil ich habe hier damals meine Frau kennengelernt, unsere Tochter ist hier geboren, nicht hier, in Aachen, ist in Aachen geboren. Wir sind ja im Hotel hier. Wir sind ja in Aachen. So ist es ja. Nedi ist auch in Aachen geboren und das ist irgendwie meine Heimat geworden über die letzten sieben, acht Jahre und deswegen war das ganz, ganz schnell entschieden für mich. Was sagst du zum Kader? Du hast ja jetzt auch mitgekriegt, Karl Peters kommt auch noch dazu jetzt seit heute. Ja, ich habe es vorhin gehört, das ist natürlich nochmal eine Verstärkung. Auf jeden Fall jemand, von dem man weiß, dass er viel getroffen hat in der letzten Saison. Wird uns hoffentlich auch nochmal weiterbringen, erhöht auch nochmal den Konkurrenzkampf vor einem Sturm. jetzt, wo Sascha natürlich auch ein bisschen ausfällt, auch vielleicht wichtig und ja, ich freue mich, dass er da ist. Hier wird gefragt, ich finde es lustig, da ich gerade dir die Frage stelle, gibt es einen Kabinen-DJ? Ja, ich weiß gar nicht, wo die Fragen alle herkommen, das sind schon viele Sachen, die ja, ich mache tatsächlich momentan den Kabinen-DJ. Also ich habe es eben so ein bisschen mitgekriegt, du musst dich laufen über die Frage, weil ich genau das live eben gerade... Ja, nee, nee, also ja, ich bin der Kabinen-DJ, ich habe mein Handy da verbunden, zumindest erstmal, so lange bis die Jungs sagen, das ist nicht mehr so gut, was ich da auflege, so lange werde ich das weitermachen. Was wird denn da so gehört, wenn man so, ist das durch die Bank verschieben? Das ist kreuz und quer, das ist auch immer je nach Stimmung, wenn wir morgens trainieren, ist es auch mal was ruhiger, wenn wir dann nachmittags mit der Einheit fertig sind, da wird es auch mal ein bisschen lauter. Deine Nummer steht fest auf Trikot-Nummer? Ja, also ich habe mich für die 23 schon relativ früh wieder entschieden, ich habe die 23 probiert, immer bei jedem Verein, wo ich so gespielt habe, zu tragen, weil es ist meine absolute Lieblingsnummer und ja, ist schön, dass es jetzt auch wieder geklappt hat. Ich habe die hier auch bei Alemannia Aachen getragen und von daher ist es vielleicht irgendwie ein positives, schönes Zeichen. Aber die Fans wissen das schon, die haben es natürlich gesehen in den ersten beiden Testspielen. Wie ist denn dein erster Eindruck wieder gewesen, bei der Alemannia zu spielen und was hast du gesagt, über 800 oder 700 wollen wir jetzt nicht übertreiben, beim Trainingsaufgang folgt in Würsel, 1000 in Allendorf, selbst bei Germania Teverein 700. Ja, ja. Das haben manche Regionalisten nicht mehr im Schnitt. Das ist richtig, ja, das ist natürlich absolut geil. Also das ist einmalig in dieser Liga und das ist wahrscheinlich auch selbst in einer Liga höher. Es ist absolut eine super Marke, wie viele Fans da immer kommen und gut, ich kenne es natürlich auch. Wir hatten damals auch eine ganz ordentliche Saison, da hatten wir das Rekordspiel mit 30.000. Ich habe nichts dagegen, wenn wir es dieses Jahr nochmal machen. Also kein Problem, wäre ich gerne dabei und von daher kenne ich das natürlich ein bisschen und es ist absolut geil. Hier wird gefragt, welche Rolle du dich im Team siehst. Klar, ich habe eben schon, als du hier kamst, gesagt Häuptling, so wie es Helge ja auch schon so geschrieben hat. Bist du auch bereit, Kapitän direkt wieder zu übernehmen? Das ist die Frage, die hier aufblockt. Ja. Du liest es ja mit. Ja gut, am Ende entscheide ich das ja nicht, aber klar, wenn man mich fragt und ich will ja auch eine absolute Führungsrolle übernehmen, dann werde ich da natürlich nicht Nein sagen. Also ich bin ja ein Spieler, der wie gesagt schon relativ viel gesehen und erlebt hat und die Erfahrung auch mit den anderen Jungs teilen will und das ist natürlich auch eine Rolle, die ein Kapitän so übernehmen würde. Die meisten Spieler, in der ersten Folge habe ich auch schon gefragt, was wäre dein Wunsch, Auftragsgegner? Puh, es ist schwer zu sagen. Also ich hätte ganz gerne einen Gegner, weiß ich nicht, vielleicht mein Ex-Verein Wuppertal, warum nicht, zu Hause am Tivoli. Wird das nicht ein bisschen früh? Nein, habe ich nichts gegen. Wir sind vorbereitet, von daher können wir jeden Gegner am Anfang haben. Es ist völlig egal, zu Hause am Tivoli werden wir probieren, die Hütte zu rocken und da ist es egal, wer kommt. Ja, ist der Druck bei euch jetzt schon so hoch? Es wird ja von Aufstieg gesprochen, da brauchen wir ja nicht lange, um den Hals und Freier rumzureden. Druck, kann jeder Spieler, glaubst du da, in dem Kader damit umgehen? Ich kann jetzt nicht für alle sprechen. Ich denke schon, ich denke auch, dass das bewusst, die Jungs ja so zusammengestellt worden sind, dass das auch Spieler sind, die damit umgehen können. Ich kann jetzt nicht nur für mich persönlich sagen, ich habe damit absolut kein Problem. Ich habe, wie gesagt, auch schon mal vor einigen Zuschauern gespielt und das sollte auch eher positiver Druck sein. Also, dass man dann noch angesporner ist, ich glaube, dass wir genug Spieler haben, die das eher positiv sehen. Also, Alemanni hat ja einen sensationellen Schnitt mit 9.135, trotz des 8. Tabellenplatzes und war ja noch vor Münster, die dann, und waren auch von allen Regionalisten der höchste Zuschauerspruch. Ich glaube, das zählt auch als Fund, wenn man hier auf dem Tivoli anheuert, wenn man weiß, man spielt fast immer einen Schnitt vor fünfstelliger Zuschauerzahl. Absolut, absolut. Ja, es ist ja schon, wenn man nach Aachen reinfährt, ich sage mal, du fährst Aachen Zentrum runter und das Erste, was du siehst, ist diese geile gelbe Arena da und das ist natürlich absolut geil. Und das ist natürlich auch bei, ich sage mal, bei Vertragsgesprächen ist das mit Sicherheit nicht negativ, wenn man das sieht und die Fans im Hintergrund, das ist schon eine geile Sache. Auf welches Spiel freust du dich am meisten? Auf das Spiel gegen den WSV oder gibt es noch andere Spiele, wo du sagst, die liegen mir und könnten der Mannschaft liegen oder ist da dann doch, weil du ja auch nur ein Jahr in Anführungszeichen in Wuppertal gespielt hast, da war es ja länger woanders. Richtig, richtig, trotzdem war es, muss ich sagen, war ein schönes Jahr trotzdem in Wuppertal, dementsprechend freue ich mich auch auf die alten Kollegen zu treffen, aber grundsätzlich freue ich mich auf jedes Heimspiel, muss ich ganz klar so sagen, weil Heimspiel am Tivoli, egal wann, Freitagsabend, Samstagsmittag, das ist mir wirklich scheißegal, Entschuldigung, aber da freue ich mich auf jedes Heimspiel. Ja, vor allen Dingen Freitagsabends, wenn dann nochmal ein paar mehr Zuschauer kommen als an einem Samsternahmittag, 3000 Dauerkarten, jetzt schon fünf Wochen, bevor wir überhaupt in die eigentliche Saison gehen, unfassbar hier, ne? Es ist unfassbar, wenn du überlegst, also da sind ja manche ganz weit von weg, wie du schon gesagt hast, dass das überhaupt mal 3000 Zuschauer ins Stadion kommen, ne? Und hier reden wir von Dauerkarten, das ist schon ein absolut Wahnsinn. Bin mal gespannt, ob der Wunsch vom Verwaltungsratsvorsitzenden Marcel Mummers in Erfüllung geht, 5000 oder noch mehr, aber ich glaube, mit den Neuverpflichtungen kann man doch mit Sicherheit eigentlich so viel Optimismus ausstrahlen, dass man eigentlich wirklich dran glaubt, dass es funktionieren kann, ne? Der Ausstieg, weil das war letztes Mal 2006, wo Alemannia aufgestiegen ist, einige wollen unbedingt wieder auf die Rathaustreppe, man kann sich auch so hinstellen, aber natürlich mit Alemannia feiern, ne? Ja, das ist richtig, ne? Es wäre sicherlich was Schönes, ne? Es wäre absolut geil, das wäre für den Verein, für die Stadt, das wäre für alle absolut Wahnsinn. Ich denke mal, dass wir einen sehr, sehr guten Kader zusammen haben, da müssen wir jetzt nicht, das ist klar, das weiß jeder, dass wir einen richtig guten Kader zusammen haben und von daher ist, denke ich, einiges möglich, je nachdem, wie wir uns jetzt noch finden, werden wir sehen. Wie spricht man denn so in den Fußballkreisen, wo du ja eben gerade gesagt hast, man spricht auch nicht, wenn man im selben Verein spielt, miteinander, ist so Aachen so der Respektvolle jetzt, wo man sagt, so Aachen ist Münster jetzt, eventuell sogar, und wie schätzt du Wuppertal ein, weil das scheint ja der Hauptkonkurrent zu werden? Ja, das sagst du, ich darf das Aachen, du darfst alles sagen. Ja, nee, klar, also Jungs, mit denen ich zusammengespielt habe, die sagen natürlich, hör mal, es ist natürlich echt schon bewundernswert, was ihr da jetzt für einen Kader zusammen habt, ist klar, dass die einen dann darauf ansprechen, gut, am Ende des Tages müssen wir liefern, das weiß auch jeder, aber wie ich schon gesagt habe, der Kader ist stark genug und wir werden sehen, was wir da rausziehen können. Auf was freust du dich am meisten? jetzt, die nächsten Wochen? Auf den Ligastart, ja, ich kann es kaum abwarten, also Vorbereitung ist für jeden Fußballer, der gerne mit dem Ball zu tun hat, natürlich immer schwierig und von daher freue ich mich absolut auf den Ligastart. Hier fragt jemand, hast du ein spezielles Duell mit Mike Hanratz? Oder Mika Hanratz? Mika, ja, mit dem Mika. ja, Mika. Alles gut, Mika, sei nicht zu sauer, Mika. Ne, ja, so ein bisschen vielleicht, gerade in diesem Duell mit den Kopfbällen, was wir da hatten im Training, da war es schon so ein bisschen, dass ich ihn ein bisschen auch gepikst und gestichelt habe und er dann natürlich immer sehr, sehr freudig war, wenn er die Dinger irgendwie reingemacht hat und das ging dann ein bisschen hin und her, aber ganz lustig. Aber so wie du es beschreibst, hast du das Duell gewonnen? Das weiß ich gar nicht, um ehrlich zu sein. Ich glaube, das kann man aber nochmal bei Instagram nachgucken, aber ich gehe jetzt erstmal stark davon aus, dass ich gewonnen habe. Ja, ansonsten haben wir viel schon beantwortet, die Fragen. Ich weiß, ich gucke jetzt mal Megan. Ich glaube, wir sind auch schon mit der Zeit wieder 20 Minuten weit hin, sodass wir jetzt zu Anton Heitz kommen. Anton Heitz, wunderbare Überlage, hast du auch in Verl mitgespielt? Richtig. War ja damals schon so ein Knipser, so ein Freistoßspezialist, wie er jetzt in Oberhausen zum Schluss war? Also er hat schon immer einen guten linken Fuß gehabt, das konnte man damals schon sehen und ich glaube, er hat auch hart daran gearbeitet die letzten Jahre, dass er das nochmal ein bisschen finalisiert und ja gut, die Zahlen sprechen für sich aus dem letzten Jahr. Da kann man nichts gegen sagen, das ist absolut... Ich glaube nicht nur im letzten Jahr so, wenn ich dann richtig informiert bin, hat er in 129 Spielen hat er insgesamt 36 Tore, das ist ja keine ganz so schlechte Quote. Das ist richtig, da weißt du mehr als ich, aber das ist natürlich... Ja, mit dem Vorbereiten muss ich mich auch. Ich dachte, du machst das alles aus dem Stehgreifchen. Nein, nein, ich bin ja nochmal Karnevalist, deswegen muss ich auch dann auch noch mal machen. Also mir macht es Spaß, dass ich mit euch hier sprechen, dass wir dieses Podcast hier zusammen mit Megan, die da eifrig immer die Tastenhaut hier auf die Beine gestellt haben. Wir wollen ja eigentlich auch nicht nur eigentlich, wir wollen die Fans animieren, dass wir die Dauerkarten noch mehr werden. Ich glaube, mit der heutigen Nachricht, mit Karl Peters und mit denen, wie bisher das Training gelaufen ist, können wir eigentlich sagen, kauft Dauerkarten, belohnt die Macher hier für dieses Superteam, ob das Sascha Erler oder Marcel Morberts ist, nur um zwei jetzt zu nennen, die federführend sind. Und eins muss man ja auch sagen, wir spielen ja demnächst in der Merkur Tivoli Halle, Tivoli Halle sah ich schon, als Stadion. Draußen wäre gut. Draußen, ja. Aber das ist natürlich auch ein Coup, wo man dadurch den Etat ein bisschen aufstocken konnte. Ja gut, damit habe ich jetzt nichts zu tun. Du hast das jetzt nichts mehr zu tun. Damit habe ich nichts zu tun. Aber das Team ist dadurch stärker geworden. Höchstwahrscheinlich. Ich denke, dass wir auch so ein relativ starkes Team zusammen haben und von daher... Unabhängig von der Merkur Tivoli. So ist es. Okay, das war auch vielleicht eine blöde Frage. Nein gut, lieber Bastus. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Wir sehen uns mit Sicherheit nochmal und darf jetzt nahtlos übergehen, wenn er denn da ist. Ja, ich gebe das Mikro mal direkt weiter. Ja. Anton Heinz ist ja, der vor einer Woche als Sensationstransfer, um nicht zu sagen Königstransfer, hier in Aachen präsentiert wurde. Und ich freue mich sehr, dass er hier im Trainingslager noch so viel Kraft hat, sich gleich zu mir zu setzen. Hallo? Hi. Dirk? So. Da bin ich. Ja, da bist du. Man hat mir gesagt, die Sendung dauert etwas länger, weil du ein bisschen gemütlicher Typ bist und beim Freischuss schießen oder so. Müsst du das nicht, ne? Also mal direkt einzusteigen. Ja, Freischüsse schieße ich sehr gerne. Auch nach dem Training lege ich mir mal gerne Bälle hin. Oder auch vor dem Training komme ich mal ein, zwei Stunden früher zum Training, lege mir die da hin und dann, ja, knalle ich die rein. Ja, darauf warten ja die Fans, dass du, Franco Utsilak, hast du ja auch schon das ein oder andere Freischuss-Tor gemacht. Macht der so einen kleinen Wettbewerb im Training so? Oder hat das noch nicht begonnen, der Wettkampf? Bis jetzt noch nicht, aber kommt vielleicht noch. Kommt noch noch. Ja, eben habe ich ja gesagt, du hast, oder gilt es als Königstransfer hier, Aachen, so ein bisschen, möchten die Fans, die ja auch schreiben, wieso hast du dich für Alemannia entschieden? Klar, Zuschauerzahl, denke ich mir mal, und die Hoffnung, mit Aachen dritte Liga zu spielen. Ich denke mal, dass... Ja, auf jeden Fall, also, die Gespräche mit Helge und Sascha waren super, haben mir ihre, ja, die Ziele vorgezeigt, die wir erreichen wollen, und damit konnte ich mich komplett identifizieren. Klar, das Stadion ist super, die Fans sind, ja, super, also, da freue ich mich richtig drauf und habe einfach Bock, ja, mit Aachen eine super Saison zu spielen. Gut, also, ich habe ja jetzt nicht, das als Königstransfer, der Moderator hat ja eine gewisse Brei, es gibt ja auch, Kaspeters hast du ja heute gehört, das sicherlich auch, also, ich glaube, dann sind es alles Königstransfers, die wir ja geholt haben, ähm, ähm, um keinen irgendwo, äh, auf den Fuß zu treten, aber, ich glaube, deine Klasse, die du mit der Alemannia hier mitbringst, ist schon einmalig. Ja, es freut mich, ja, die ganzen Kommentare gesehen zu haben, ähm, aber ja, ich werde auf jeden Fall Gas geben, äh, ich werde mich jetzt nicht irgendwie über jemanden stellen oder ähnliches oder irgendwie sowas, ich werde hart arbeiten, damit wir unsere Ziele erreichen und ja, hoffe, äh, das schaffen wir auch. Hast du mit Nils Winter, als er schon unterschrieben war, um ein Telefonieren, so, wie ist das denn hier in Aachen oder hat, hat, war das so, als ehemaliger Oberhausener Kumpel gar keine, hat das gar keine Rolle zu sehen? also, klar, wo er nach Aachen gewechselt ist, haben wir mal ein bisschen gequatscht über Aachen, ähm, 17. Juni, warst du ja direkt unterschrieben und direkt beim Training? Ja, sozusagen ins kalte Wasser gesprungen, ins kalte Wasser gesprungen? Äh, ne, ich wurde super aufgenommen, klar, gab mehrere neue, aber man versteht sich mit allen sehr gut, ähm, jetzt hat man jetzt auch irgendwie keine Clique oder ähnliches, das ist echt eine super Mannschaft, jeder versteht sich, ähm, man redet mit jedem und ja, man versteht sich einfach super. Aber es gibt jetzt nicht so, dass, weil du mit Nils aus Oberhausen kamst, der Sascha mit dem, äh, äh, Luca Rumpf aus Köln sind, das sind nicht die Clique, in die man jetzt befürchten muss, sondern es wird total neu gewürfelt. Ne, ist komplett neu, also wie gesagt, es verstehen sich alle, man redet mit jedem, äh, wir sind alle auf einer Wellenlänge, sag ich mal, und ja, das ist echt, echt gut, ja. Was ist denn dein Wunsch als Auftaktgegner? Auftaktgegner? Oberhausen? Äh, äh, eigentlich wirklich egal, Hauptsache es wird ein Heimspiel, ich glaube, das will jeder hier, ähm, ob Fans, Spieler, Trainer, äh, jeder ist heiß auf das erste Spiel im Tivoli und ja, hoffentlich wird das was. Und der Druck, glaubst du, hast du das schon so im Team mitbekommen, den Druck werden sie aushalten, dass man so, wie Münster, als Top-Favorit gehandelt wird, oder seid ihr, nur, die, wie mit Wuppertal, beispielsweise, ja auch öfters genannt werden, oder Rödinghausen, glaubt ihr das, die, äh, Tims somit? Ich glaube, ähm, das wird sich noch zeigen, ähm, aber ich glaube, wir haben eine nervenstarke Truppe, ähm, jetzt verspüren wir, glaub ich, noch keinen Druck, ich glaube, so eine Woche vorm Auftakt wird's ein bisschen mehr werden, aber das ist, glaub ich, auch völlig normal, und dann werden wir von Spiel zu Spiel gucken, und ja, ich denke, wir werden das gut meistern. Du stammst ja aus der Jugend, aus Bielefeld, dann über Verl, ein Jahr, glaub ich, Lippstadt, bist du dann nach Oberhausen gekommen, 25 bist du? Ja. Deine Ziele, natürlich dritte Liga, oder noch höher irgendwann, oder wie, ja, viele muss ja jeder Mensch haben, oder? Ja, ich hab auf jeden Fall Ziele, ähm, das eigentlich, ja, ähm, so hoch zu kommen, wie es geht, ähm, die Wege zu wählen, wo ich, äh, ja, den meisten Erfolg haben werde, ähm, und ja, dafür arbeite ich jeden Tag, also Fußball ist, ähm, ja, alles für mich, sag ich mal, also das ist, äh, Fulltime-Job bei mir, und, ähm, denke auch bei den anderen natürlich auch, aber, ja, ich gebe dafür alles, und, ja, versuche so weit wie möglich zu kommen. Hier wird gefragt, aus welcher Richtung schießt du deine Freistöße, am liebsten, Linksfuß? Ja, am liebsten von rechts, da habe ich auch die meisten Freistöss-Tore geschossen, also von halbrechter Position, so aus 20 Metern oder so, aber eigentlich ist das auch relativ egal, also ich schieße auch gerne von links oder von der Mitte. Hauptsache, sie sind drin. Genau. Hast du dir denn eine Quote sozusagen, wie viele Tore du gerne so erschiebst? Machst du das so? Weil letztes Mal hast du ja 17 Tore geschossen, glaube ich, 10 Assists. Wie viele waren das Freistöss-Tore davon, von den 17? Von den 17? Ich glaube, sechs oder sieben, irgendwie so, um den Dreh. Ja, waren auf jeden Fall ein, zwei mehr als vorletztes Jahr, da hatte ich, glaube ich, fünf. Und ja, wäre cool, wenn es dieses Jahr auch nochmal mehr werden. Hast du denn Sorge, dass inzwischen die Mannschaften so deine Tricks kennen? Oder glaubst du, hast du immer noch so eine Überraschung im Petto, dass du dir was Neues einführen lässt, was deine Freistöße angeht? Ja, gegen Essen war das so, dass der Torwart zwei Mauern gestellt hat, dass er sich in die Mitte gestellt hat und eine Mauer leicht links, eine leicht rechts. Und dann musste ich so ein bisschen überlegen, ob ich jetzt links oder rechts schieße. Gingen dann zwar in die Mauer, dann zur Ecke, aber ja, werden auf jeden Fall schon ein bisschen einfallsreicher. Aber ich denke, ja, ich werde dann ein bisschen mehr vielleicht auch mal nach links schießen, von rechts, von rechts mehr nach rechts, also in die Torwart-Ecke vielleicht. Also du, alle Raffinesse wirst du hier am Tivoli den Fans präsentieren. Hast du denn schon eine Wohnung in Aachen? Nee, noch nicht. Ich werde wahrscheinlich erst mal ins Hotel ziehen. Okay. Für, ja, ein, zwei, drei Monate. Mal gucken. Wir werden jetzt wahrscheinlich auch kündigen, unsere Wohnung in Kamp-Lindfort, in Duisburg. Okay. Wenn wir mit meiner Freundin rüberziehen und ja, so ist das jetzt geplant. Ja, wir haben eben über den Auftaktgegner schon gesprochen. Welche Mannschaften, um nochmal dabei zu bleiben, siehst du mit in der Favoritenrolle letztendlich? Ja, ich denke, so wie viele auch, Wuppertal, Wuppertal, Rödinghausen, Oberhausen, dann auch ein, zwei U-Mannschaften wie immer. Gladbach oder Schalke war letztes Jahr auch sehr stark, spielerisch vor allem. Ja, vielleicht noch eine Überraschungsmannschaft, wird man sehen, aber ich denke, wir müssen auf uns einfach schauen und von Spiel zu Spiel denken und ja, einfach unsere Aufgaben machen. Hast du ein Vorbild für dich mal als Fußballer? Cristiano Ronaldo ist mein Vorbild. Wobei, der schießt doch die Freischüsse mit rechts, oder? Ja, den Fuß konnte ich mir ja nicht aussuchen. Okay. Aber ja, von, klar, von seiner Spielart war es schon mega, aber auch abseits des Platzes, wie er trainiert, wie er sich ernährt, die Disziplin, die er an den Tag legt, das ist schon echt bemerkenswert und ja, da versuche ich auch immer daran zu arbeiten und ja, das ist mein Vorbild. Mit wem liegst du hier? Oder ist das indiskret zu fragen? Ja, hast du ein Doppelzimmer hier im Trainingslager? Ja, ich glaube, jeder hat ein Doppelzimmer hier. Ich bin jetzt mit Juli Schwermann auf dem Zimmer, verstehen uns gut, hatten auch mal alte Mannschaftskollegen zusammen. Dadurch kamen wir ein bisschen... Auch SCFL. Ja, genau. Auch SCFL. Ich kam mit mehr ins Gespräch und ja, verstehen uns sehr gut. Was ist denn jetzt noch geplant hier im Trainingslager? Ist das... Es geht ja um Konditionstraining, wie Helge eben schon gesagt hat, spielerische Kombinationen. Weißt du schon, was morgen geplant ist? Ich weiß, dass wir morgen einmal Training haben, vormittags. Nachmittags haben wir frei bekommen. Die letzten Tage waren sehr anstrengend. Hatten ja auch zweimal am Tag Training. War auch sehr intensiv. Denke, wir werden ein bisschen runterschrauben. Freitag ist ja schon Spiel. Da werden wir morgens auch noch mal so eine Aktivierungseinheit haben und dann voller Fokus aufs Eupenspiel. Du hast die Nummer 21. Was verbindest du damit? Gar nichts. Gar nichts? Die war noch frei und die war dann attraktiv. Die 10 war schon weg oder wie? Ich hatte ja letztes Jahr die 7, die war auch weg. Die üblichen Nummern waren ja alle schon weg und dann habe ich mir die 21 genommen. Nimmst du die Euphorie hier in Aachen wahr mit fast oder glaube 3000 Dauerkarten jetzt schon heute? Womöglich noch mal ein Bonus mit Karl Peters der Verpflichtung, das ist noch mild. Marcel Moritz träumt ja von mindestens 5000. Also das ist ja schon sensationell. Kriegst du das so mit? Beeindruckt dich das? Ja, auf jeden Fall. Also das hatte ich noch nie. So eine Kulisse, so viele Fans, diese ganze Euphorie, das ist schon Weltklasse. Und ja, klar, in der Mannschaft geht es auch um, man spricht drüber und es freut auch einen, dass die Fans hinter uns stehen und Bock auf uns haben und ja, es macht einfach Spaß. Wie glaubst du, wenn es mal nicht so läuft, dass du in der Lage bist, der Mannschaft Impulse zu geben? Weil die Erfahrungen, die du ja hast, jetzt auch doch schon, trotz deiner 25 Jahren doch so groß ist, bist du da geeignet? Du bist ja jetzt ein bisschen ruhiger, aber auf dem Platz, könntest du da schon lauter werden? Ja, auf jeden Fall. Also da habe ich mich auch verbessert. Das war früher, sage ich mal, ja nicht mein Defizit, aber ja, ich war halt früher etwas ruhigerer Spieler, aber jetzt versuche ich auch, lautstärker zu werden auf dem Platz. Klar, mit Erfahrung, die ich gesammelt habe, ist dann vielleicht auch so ein bisschen mehr Selbstbewusstsein entwickelt, mehr Sicherheit und ja, ich denke schon, dass ich da auf jeden Fall einen Schritt weiter gemacht habe und der Mannschaft damit auch helfen kann. Ja, dann sind wir schon fast am Ende, heute unser zweiter Alemannia-Live-Talk. Ich hoffe, den vielen Fans konnten wir Informationen geben, sehr sympathische Spieler, die wir hier neu haben, konnten wir Interviews fühlen und wir freuen uns auf nächste Woche, wenn es dann den dritten Live-Talk gibt und euch wünschen wir noch ein schönes Trainingslager. Ich habe gehört, gesungen habt ihr auch schon zum Teil die neuen. Ja, ich muss morgen noch machen. Ich muss morgen noch, okay. Das werden wir dann irgendwann mal fragen, was du dann präsentiert hast. Wir hatten ja den DJ hier eben gerade vor dir, den Basti, der macht ja die Musik. Dann wollen wir mal hören, was der dann morgen für dich auflegen darf. Ja, mal schauen. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Liebe Grüße hier aus dem Trainingslager. Und habt noch einen schönen Abend und vergesst nicht, die Dauerkarte zu kaufen. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Danke.